Mit dem Barbarossa haben sie ein traditionsbewusstes Hotel und Restaurant mit hohen Ansprüchen in Oberrodenbach im wunderschönen Vorspessart nahe der Barbarossa-Quelle gefunden. Das von der Familie Gerhardt betriebene 3-Sterne-Superior-Haus glänzt mit allen Annehmlichkeiten eines wirklich guten Hotels. Neben hochwertiger Zimmerausstattung bietet das Barbarossa Extras wie kostenloses WLAN oder ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Das im Schlemmeratlas und Wartaführer gelistete Restaurant ist überregional bekannt für seine exzellente Küche. Das großzügige Ambiente des Restaurants mit angeschlossenem Winter- und Biergarten wird gerne für Familienfeiern in Anspruch genommen. Für Seminare und Tagungen stehen separate Konferenzräume mit moderner Ausstattung zur Verfügung. Dank des eigenen Shuttle-Services zum Flughafen, zum Bahnhof oder zur Messe sind sie als Gast im Hotel Barbarossa auch ohne Automobil. Barbarossa – einfach vorbildlich.